Vor vielen Jahren, als selbst ich und sogar Klaus noch jünger waren, gab es noch eine Filmtrilogie, zu der gab es dann nochmal eine Filmtrilogie und in der ersten Filmtrilogie wurden Hobbits entführt nach Isengard. Sie bringen die Hobbits nach Isengard! Ich möchte jetzt Polonaise sehen, schunkeln, schaukeln, alles mitsingen. Da ist sie! Die Hobbits nach Isengard! 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 Sag ich mir, wo ist Gandalf? Ich verlangt, mit ihm zu sprechen. Ein Ballrohr von Burgos, was sagt denn schon? Ein Ballrohr von Burgos, was sagt denn schon? Die Wiggity Hobbes are even gone! Die Wiggity Hobbes are even gone! Die Wiggity Hobbes are even gone! Applaus für Erik, die Synchronstimme von Gönnum. Applaus